Die Flexbox Carrier ist mit den Maßen 40 cm lang, 25 cm hoch und 24 cm tief. Also perfekt dazu geeignet, um alle unsere Ausrüstungsgegenstände mit ans Wasser zu führen. Und natürlich haben wir auch die passenden Taschen für in die Tasche rein. Ihr müsst eure Wirbel und eure Vorfächer also nicht einfach so in die Tasche reinschmeißen. Auch dafür haben wir die passenden Produkte. Einmal der Tackle Keeper, eine neue Box, die ich super gerne nutze für meine Haken, Wirbel und sonstige Utensilien zum Vorfachbau aufzubewahren. Vorfach Dispenser. Die Flexbox in Small ist perfekt geeignet, um seine U-Posen aufzubewahren. Und wem die Flexboxen in Small zu klein sind, für den haben wir auch noch das passende Produkt und zwar die Flexbox in Large. Die Flexbox in Large ist genau so angefertigt, dass sie pro Ebene zweimal in die große Flexbox Carrier passt. In Summe sind es vier Boxen, die ihr davon in der großen Tasche unterbekommt und das ist super geeignet. Ich habe da zum Beispiel auch noch in der anderen Tasche, da habe ich meinen Kocher drin, da habe ich Kochutensilien drin. Also ein ganz tolles Taschensystem, was aufeinander abgeschlimmt ist und egal was ihr da drin transportiert, ihr könnt euch sicher sein, es ist wasserdicht und das ist ganz wichtig.